So, hallo und willkommen, hier ist wieder Indy vom eKW-Blog und ihr seht schon, heute geht es um Kongstar. Wir hatten, also das vorletzte Video müsste es gewesen sein, da ging es um die Telekom, die gewährt ihren Kunden während des gesamten Turniers der EM unlimitiertes Datenvolumen. Das heißt, solange das Turnier dauert, kann der Telekom-Kunde, egal ob Prepaid- oder Vertragskunde, sich unlimitiertes Datenvolumen in der App klicken und das Ganze dann während der EM nutzen, zum Beispiel, um auch die Spiele anzuschauen. Aber, ist wirklich eine nette Sache, wie ich finde, weil da kann man dann wirklich mal über einen längeren Zeitraum unlimitiertes Internet nutzen. Kongstar, als, ja, hundertprozentige Tochter der Telekom im günstigen Bereich, die gehen nicht ganz so weit, werden dann sonst wahrscheinlich auch so ein bisschen, naja, ja, man will da wahrscheinlich nicht alles ganz so rausrücken wie für die teuren Telekom-Kunden, die da eben halt ein bisschen mehr zahlen. Da gibt es aber immerhin an den Tagen, an denen Deutschland spielt, unlimitiertes Datenvolumen beziehungsweise eine kostenlose Dayflat. Die kostet normalerweise sieben Euro, gilt dann 24 Stunden und an den Tagen, an denen Deutschland spielt, kann man sich das dann kostenlos buchen, um dann zum Beispiel die Spiele dann auch anzuschauen. Ich denke mal, die werden dann auch in den Öffentlich-Rechtlichen übertragen werden. Los geht es am 14. Juni. Gut, dann weiß ich das als Fußballprofi auch. Das nächste Freitag ist das dann. Da geht das Ganze dann los. Ich habe ja irgendwo auch gelesen, dass es dann gegen Schottland losgeht. Bin ich mal gespannt, wie sie sich dann schlagen werden. Bisher war es ja beim Fußball eher so, dass die deutsche Nationalmannschaft in der letzten Zeit nicht so die besten Ergebnisse abgeliefert hat. Habe ich mir sagen lassen. Ja, also während der Gruppenphase gibt es noch weitere Spiele. Hier am 19. und 23. Juni kann man sich das ebenfalls dann noch holen. Und danach ist es halt so, je nachdem, wie Deutschland halt abschneidet. Wenn sie in der Gruppenphase ausscheiden, ja dann war es das. Dann gibt es keinen kostenlosen Dayflats mehr. Und je weiter sie kommen und Deutschland spielt, dann hat Kongster gesagt, dann gibt es dann weiterhin dieses Angebot. Also kann man im Prinzip nur hoffen, dass sie möglichst weiterkommen. Zumindest aus Sicht der Kongster-Kunden. Ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit dem Angebot von der Telekom, wenn ich über den gesamten Zeitraum mal wirklich unlimitiertes Internet testen kann. Aber zumindest tageweise, wenn ich jetzt zum Beispiel einen kleinen Vertrag habe und das einfach mal ein bisschen austesten will. oder eben um die Spiele unterwegs anzuschauen, kann ich mir das Ganze dann einfach mal holen und spare mir dann die paar Euro. Insofern würde ich sagen, ist eine nette Aktion. Das Ganze könnt ihr auch nochmal nachlesen hier in diesem Tell-Tarif-Artikel. Den Link packe ich natürlich auch unten mit rein. Gut, das war es so schön, was ich kurz vorstellen wollte in diesem Video. Bin wie immer gespannt auf eure Meinungen in den Kommentaren. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Andy vom IQV-Blog.